Die meisten Leute sind einfach nur verdammte Blutsauger. Ja Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Viele Kommentare wurden gestellt oder viele Leute haben mich gefragt, wie baue ich mir ein großes Netzwerk auf, wie schaffe ich es, dass mich Leute supporten, dass ich Geschäftspartner finde, Leute, die mich unterstützen, wie auch was auch immer. Ja, und was ich immer wieder sehe und das ist auch der allergrößte Fehler und das ist auch der Hauptgrund, warum die meisten das überhaupt nicht gerissen kriegen, ist, dass sie erstmal nur nehmen wollen und nehmen wollen und nehmen wollen und nehmen wollen. Ja, die meisten Leute sind wie Vampire, sind wie Blutsauger. Komm zu dir her, quatsch nicht mit irgendeiner Scheiße voll, ja, wollen direkt, wollen direkt irgendwas haben. Ja, sofort, ja, kommt sie dann, hey Chris, wie mache ich das denn das, kannst du mir da und dabei helfen, kannst du für mich, kannst du mich promoten auf deinem YouTube-Kanal, könnt ihr mein Fitnessprodukt mit eurem Fitnessbusiness bewerben, bla 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 bla, ja, immer nur nehmen und nehmen und nehmen und eine der wichtigsten Regeln unserer Gesellschaft, und das ist nicht nur ein blöder Spruch, ist es, erst zu geben und dann zu nehmen, ja. Ja, und ich will mich da auch gar nicht von freisprechen, ja, das war bei mir selber so, also selber, ich selbst habe das damals nicht richtig verstanden, ja, ich selber, wo lernt man das auch, man will ja erstmal nur haben, ja. Aber ich sage dir ganz ehrlich, alle Leute, die ich kenne, die wirklich was drauf haben, die achten darauf, die lassen sich nicht verarschen, ja, die, wenn du jetzt irgendwo hingehst und das mal nur nehmen willst, ja, das ist bei mir so, wenn ich auf einem Seminar bin, ich halte einen Vortrag, dann kommen Leute zu mir an, sofort, ey Chris, kannst du das und das, wir machen das und das, wir machen das und das und das, warum soll ich was für irgendwen tun, wenn ich ihn nicht kenne, ja, warum sollte ich? Ich versuche, wenn ich irgendwas von irgendeiner Person will, dann gehe ich zu der Person hin und sage zu der Person, hey, ich finde dich, ganz ehrlich einfach, ja, hey, ich finde das cool, was du machst, ich habe das gesehen und vielleicht kannst du noch das und das machen, das wollte ich dir einfach mal als Tipp geben, oder wie auch immer, ja, also du sprichst mit einer Person, du versuchst ihr sofort zu helfen, versuchst sofort den Engpost der Person zu finden und ihr ein paar Tipps zu geben, aber wie gesagt, die meisten Leute saugen nur Blut und saugen nur Blut und wollen einfach nur nehmen und nehmen und nehmen und das funktioniert nicht, Leute, ja. Die allerwichtigste Regel, wenn ihr einen Geschäftspartner aufbauen wollt oder wenn ihr überhaupt irgendwas aufbauen wollt mit irgendwelchen Leuten, dann gebt erst mal, ja, versucht nicht nur die Zeit zu rauben und Energie zu rauben, das funktioniert nicht. Ja, psychologisch nennt sich das Ganze, also wenn du so willst, wäre es sogar, ist es sogar psychologisch schlauer, weil in dem Moment, wo du gibst, baust du sogenannte Reziprozität auf. Was ist Reziprozität? Reziprozität kennen wir alle, jemand hat uns etwas geschenkt, wir haben das Gefühl, wir müssen der Person auch etwas schenken, das nächste Mal zum Geburtstag oder was. Ja, das nennt sich Reziprozität und interessanterweise ist es sogar so, dass in der Psychologie, dass die Sache, die du bekommst, kann wesentlich kleiner sein, als die Sache, die du danach als Gefallen verlangst. Ja, aber du solltest das halt nicht, warum sage ich das nicht direkt am Anfang von dem Video, weil du es nicht deswegen machen solltest. Du solltest nicht eine Person aufgrund von Reziprozität dazu bringen, dir ein Gefallen zu tun, sondern solltest es generell einfach mal eine gute Absicht haben. Ja, die meisten Leute rennen durch die Welt und versuchen irgendwie andere die ganze Zeit zu manipulieren oder was. Versuch einfach mal zu geben, ja, gib den Leuten Werte und ich schwöre dir, du bekommst es hundertfach zurück. Ja, die meisten Leute wollen nehmen und versuchen irgendwie Energie zu zacken von anderen Leuten, aber ich, wirklich, das ist eine Grundeinstellung, die solltest du haben. Geben, geben, geben und ich garantiere dir, du bekommst viel zurück. Ich rede jetzt nicht irgendwie von so einem Wuhu, was weiß ich, Wuhu-Schwachsinn, ja, irgendwelche, irgendwelche, ja, du musst einfach nur geben und dann bekommst du was zurück. Natürlich nicht, ja, wenn du einfach nur gibst die ganze Zeit und wie ein Trottel einfach nicht versuchst, selber etwas zu reißen, wirst du gar nichts hinkriegen. Aber grundgenerell ist es eine sehr gute Grundhaltung, dass du sagst, hey, ich gebe den Leuten was, ich gebe den Leuten was und irgendwie bekomme ich dafür was zurück und daran wirklich glaubst, ja, weil das, so funktioniert das Leben. Okay, Leute, das war's soweit zu mir. Ich hoffe, euch hat mein kurzes, sehr ehrliches Video gefallen. Ich habe letztens schon ein Video in diesem Style veröffentlicht, wo ich einfach ganz ehrlich gesagt habe, was ich denke. Und wenn euch das gut gefallen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch, dann mache ich weitere solcher Videos. Schreibt mir gerne euer Kommentar und natürlich, wenn ihr mich privat oder, ja, privat folgen, wenn ihr mir privat folgen wollt, dann abonniert mich auf Instagram, findet unten den Link zu meinem Instagram-Profil und auch zu meinem Snapchat-Profil. Und ja, so weit, so gut. Leute, wenn ihr mein neues Buch übrigens kostenlos haben wollt, auch den Link unten unter diesem Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles, alles Gute. Ciao.